Nein, da kann man ja gar nicht weitermachen. Du musst draufdrücken. Drück drauf oder es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Drück drauf, mach irgendwas. Ich wollte noch nicht draufdrücken. Oh, man kann gar nicht zurückgehen. Ja, es wäre gegriffen. Okay, gut, verloren. Ich wollte eh nicht gewinnen. Okay, noch mal. Oh, oh, oh. J'ai écrit cette chanson. Pour des merci à ma famille. Merci à mes parents. C'est vous, mon papa et mon maman. Pour frangere les amis que j'ai connus depuis l'enfance. Papa, papa, je suis comme monsieur. Et ma vie a pris eu ne pas avoir pas l'ami. Et pas grand chose mais notre famille. Mon amour, j'ai levé. Je l'ai aussi mon grand. Dostain, gib mir Geld. Nein. estable! Sofort! Vergitto! Du schuldes mir es. Ich hab' dir den Eintritt bezahlt. Du hast mir nix bezahlt. Deine Mutter hat mir Eintritt bezahlt. Ich hab' dir den Scheisse Eintritt bezahlt. Jetzt kauf mir das. Aua. Ich hab' es breiter, das ist deswegen. Wenn ich den Scheisse kaufe. Ehem. Wir hatten jetzt gerade voll einen schönen Tag, wir haben voll gechillt, ein bisschen in Pforzheim, wir haben das leckerste Eis der Welt gegessen, wir haben im Park gechillt, wir haben supergeile Pizza gefunden und wir haben uns auf dem Aufsichtsplatot alles angeguckt und es war halt einfach voll gut. Also wir hatten echt so einen super tollen Tag und das Wetter hat voll mitgemacht, die Sonne hat geschienen und es war einfach genial, würde ich mal sagen. Ich habe immer noch kein Glätter-Eisen aufgetrieben für meine Haare, ich bin jetzt, ich, 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 ich mime jetzt den sterbenden Schwan. Das wäre cool, wenn das jetzt 3D gewesen wäre. Ich habe den Titten-Bonus. Titten-Bonus! Ich falle? Die wächst zu wenig. Ich will die fallen. Und sonst habe ich schnell geschickt. Oh mein Gott! So hart! Ich bin jetzt so kaputt! Ich sag, sie setzt mir gerade in den Arsch rein. Schau mal, wie das Gras weckt. Okay, kann ich gucken. Ih, Ih, Rumi, Lass, das ist so eklig. Na. Na. Das ist geschockt. Danke. Ich muss jetzt aufmachen. Ich muss jetzt aufmachen. Die schönste Kette hier ist das Wichtigste auf dem Bild. Das war so geil. 3, 2, 3, 4... Wer von euch hat noch Bälle? Bälle! Es ist eure einmalige Chance, mich zu treffen. Okay. Eins, zwei, drei, jetzt! Die Welt verbrichst in zwei Tälle! Die Welt verbrichst in zwei Tälle! Einer die Schwachste, der andere die Weiße! Rock, roll, rock, roll, rock'n'roll! Das macht jeder mit Bela-Dropsticks. Alex, halt, Alex Zuckerheimer! Nein, du musst schon die Schilder-Pleckung... Und zum Schluss... Schön blöd! Schilder-Pleck! Ja, Matzen! Ja, Matzen! Ja, man! 2011, was geht ab? Ja, Digga! Das ist ein bisschen albern jetzt für mich. Wieso? Mach doch einfach! Mann, überhaupt nicht spontan! Ja, was geht ab? 2011, yeah! Was geht ab? Schön blöd auf jeden Fall! Saublöd! Beeilung, das ist, geht auf Seite. Wo steht da was da? Mach einfach. Oh, das ist zu weit. Ich auch. Ja! Fuck! Halt deinen Maul! Halt deinen Maul! Halt deinen Maul! Mann! Das ist verarsche hier! Mann! Mann! Hey, die Flipcam geht wieder! Justin! Justin, deine Flipcam geht wieder! Justin ist gerade beschäftigt. Alter, alles klar. Scheiße.